Ein Fanfilm von Ostfriesland Filmstudio. Die Geschichte des einen Rings und des Ringträgers. Hi ihr Lieben, ich bin Karolin Giedeck und komme aus dem wunderschönen Ostfriesland. Wie wahrscheinlich einigen anderen fahre ich auch. Also, in der Geschichte eines Leidenden Hobbits spiele ich die Galadier. Was mir einfach am meisten Spaß gemacht hat, war der Umgang mit den ganzen anderen, die Leute kontinuiert. Und sie sind alle so wunderbar herzlich und wahnsinnig lustig, aufgeschlossen. Stefan und Manuela haben da wirklich was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Und ich habe ja auch bislang nur ein paar wenige Ausschnitte davon gesehen. Aber ich bin riesig gespannt darauf. Was mir am meisten tatsächlich immer gefällt, sind die ganzen Outtakes. Weil da sieht man einfach, dass wir alles einfache Menschen sind. So, ja, wie du eben auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020